und damit gehen wir live halli hallo hallöchen alle miteinander hier mal obs ins mittelfenster hallo ja da ist immer wieder krass eine woche und es ist echt super viel passiert in der einen woche hat sich angefühlt wie ein ganzer monat richtig richtig klar also zuallererst mal habe ich ja habe ich das letzte mal angekündigt ich habe vor diesen oder ich wollte diesen gamestar endenring run machen den perfect playthrough und wir gerade eine an der stream beschreibung seht wird exakt das passieren heute warum wird das passieren und warum darf ich den gamestar endenring perfect story run nennen weil ich bei der gamestar angefragt habe ich habe die angeschrieben ganz normal kontaktformular und hat generell angefragt letzte woche donnerstag war glaube ich donnerstag nachmittag oder donnerstag vormittag besser gesagt und hab dann weiter schon später eine antwort erhalten und zwar von einem sehr von einer sehr netten person und zwar dem managing editor für geist der gamestar von dem werten herren martin deppe ja dem hier der hat mir geantwortet super super cool sofort ich habe ich habe also was eingeschrieben wie hey ich habe da die idee ich würde gern diesen diesen allen allen streamen und ist so ein bisschen aufziehen für für die für die leute einen einfachen playthrough ein bisschen geidet das dann auch auf youtube bringen und so geschnitten und darf ich das machen darf ich den gamestar endenring perfect story run oder gamestar perfect endenring run oder wie auch immer nennen und der hat dann ja man ja du ne überhaupt kein stress kannst du machen hast halt zwei kleine auflagen also ich werde dafür nicht bezahlt oder irgendwas ne ich krieg kein geld dafür macht quasi für die werbung und die machen indirekt für mich werbung wie es halt so ist ne hand in hand und zwar drei punkte drei auflagen nummer uno ich sollte das heft immer wieder mal zeigen was ein sehr cooles heft ist es sind zwar ein paar kleine fehlerchen sind offen und ehrliche kritik ein paar rechtschreibfehler ein paar bild fehler aber im großen und ganzen ein sehr cooles teil sehr allgemein gehalten also vor allem auch was für leute die eldenring schon mal gespielt haben für anfänger ist er sehr unspezifisch aber wenn du mal ein paar spezielle sachen machen willst definitiv cool und es gibt es gibt ja eine millionen geil eine millionen gehalten games haben lädt ja auch wieder immer wieder artikel guides und sowas hoch hat er selber video guides und so weiter und der wird sich jetzt quasi mehr oder weniger einweilen nicht dass ich offiziell von games da das mache sondern ich nenne den halt so und wenn es ihnen gefällt werden sie es vielleicht verlinken oder auch nicht auf alle fälle hatte ich den mit dem netten herren geschrieben und er hat gesagt ich soll den guide immer wieder mal zeigen was ich hier immer wieder mal tun werde auch während wir spielen ich soll neben dem eigentlichen story guide also dem hier daher kommt auch der name der perfekte run neben dem story guide auch die anderen guides zeigen auch das werden wir immer wieder mal tun ich habe nämlich auch was vorbereitet für einen kleinen vorbereitungs run der ist heute in die stadt und heute starten wir erstmal ganz gemütlich rein für alle anfänger alle leute die noch keine ahnung haben wie man in eldenring startet und was man so findet und was einen da erwartet die sich vielleicht erst mal angucken wollen und nächste woche ist oder plan machen wir dann den kleinen vorbereitungs run vorbereitungs run vorbereitungs ran wo ich meinen charakter mit ein paar dingen paar gegenständen versehen werde mit ein paar ja gegenständen versehen werde mit mehr runen das bedeutet aber ich muss ein paar sachen machen die für anfänger erstens nicht schön sind weil du die welt nicht auf eigene faust erforscht also für leute die noch nie gespielt haben und für leute die schon gespielt haben ist das ganze dann so ein bisschen info aber das machen wir dann nächste woche genau das heißt ich zeige dann auch ein paar andere guides wie zum beispiel ein super cooler guide den ich wichtig finde ist wo findet man diese verdammten speziellen schwertschlüssel da kommen wir später auch noch drauf ob jetzt ist die karte runtergefallen hier karte auch cool wo findet man die schwertschlüssel wo findet man spezielle waffen welche waffen sind gut steht die steht hier drin wo findet man spezielle talente wo findet man talismane welche talismane sind gut das ist eine super geschichte auch hier das hier werden wir uns nächste woche schnappen und holen einfach ein paar richtig richtig coole sachen das ist auflage 2 also erstens den guide general immer wieder mal zeigen auflage 2 andere guides das heft immer wieder mal zeigen weil die möchten es ja verkaufen ist auch immer wieder einen linken im chat das zweite ist die anderen guides auch immer wieder mal erwähnen und zeigen und sagen so da ist das und das gelöst hier wird das und das gezeigt und das dritte ist wir dann auch gerade schon gehört habe ich verlinke alle 15 minuten verlinkt die gute anna lena bärbord den shop von games da wo ihr das finden können ich werde das dann auch später verlinken für für youtube also unter den und in der video beschreibung weil das eine auflage ist damit ich das zu nennen darf das finde ich aber super fair weil sie zahlen mir nichts ich zahle ihnen nix sie generieren theoretisch für mich reichweite und ich für sie ich meine ich bin ein kleiner streamer ich habe immer nur 45 zuschauer das habe ich ihnen auch gesagt ich habe ihnen auch gesagt ich bin kein pro player und auch für alle leute da draußen ich bin kein pro player das ist eine ich bin einfach nur ein mittelmäßiger elton ring spieler er unter das mittelmaß ich kenne mich nicht perfekt aus ich kenne nicht alles perfekt deswegen möchte ich dieses run ja machen der ist eigentlich auch für mich selber damit ich einfach die story mit krieg und jetzt zum run selber genau was wird das für ein run wir werden einen spellsword spielen das bedeutet sorcerer mit nahkampfwaffe auch mit ashes of war und zeug im nahkampf weil das relativ stark ist das werden wir nächste woche vorbereiten davon wird man es heute erst mal noch nicht nicht viel sehen und wir werden einen easy run starten easy run bedeutet wir werden alle npcs sammen die wir sammen können wenn wir zu einem boss gehen wir werden alle mimics und nicht mehr mit alle tiers eine ghost ashes sammen wenn wir das können wir werden da uns da auch die stärksten holen also wirklich einfach weil ich möchte das so ein bisschen zeigen dieses spiel kann einfach sein wenn du dieses spiel spielst leute da draußen wenn ihr dieses spiel spielt ohne sammens wenn ihr dieses spiel spielt einfach nur ihr alleine gegen den boss dann spielt ihr quasi einen challenge run so hat man dark souls gespielt und auch bei dark souls konnte man schon npcs sammen so hat man dark souls gespielt und das ist eine valide option zu spielen aber ihr macht es euch schwierig sammen längst in jeglicher art und weise sind teil des spiels und teilweise sind boss darauf ausgelegt dass wir sammeln nicht alle es gibt welche da merkst du da die kannst du alleine ohne probleme machen wenn du ein bisschen level ist und ein bisschen klug agiert aber das spiel ist bis zu einem gewissen grad darauf ausgelegt und miyazaki selber hat gesagt er ist unglaublich er hat selber zeit ein bisschen zeit eingesteckt er ist unglaublich schlechter spieler was sowas anbelangt und er verwendet alles was einem das spiel gibt um es einfacher zu machen und dafür sind diese sachen da das heißt wenn sich jemand beschwert es ist zu schwer verwendet die summons verwendet die npcs fragt wenn ihr online spielt um hilfe andere mit spieler können ja auch helfen gibt es den ganz bekannten den ganz bekannten spieler let me solo her der den leuten geholfen hat bei melania geholfen anführungsstrichen er hat für die melania gemacht weil sie es nicht geschafft haben also du hast unzählige möglichkeiten es dir einfacher zu machen neben dem standard sachen wie runen farmen erstmal die gegend erkunden bessere waffen nehmen bessere ashes of war dein bild anpassen ist ja schon dein bild immens ausschlaggebend dafür wie gut und wie stark du eigentlich bist im spiel denn sind wir mal ehrlich ich hab mein erster playthrough war mit summonings also geister aschen und deck split bild das war damals als elton ring rausgekommen ist mit rivers of blood einer der stärksten bilds natürlich kriegst du rivers of blood ist super spät im spiel spoiler alert ne aber uchi katana bleedbrock super stark heute noch super stark easy game full mage mit ein bisschen vorbereitung vorm boss fight und ein bisschen hin und her in der boss arena und du nukest die bosse einfach aus dem leben das ist so und das ist auch überhaupt nicht wild das kann man machen man kann sich das spiel einfach machen man kann es aber auch challenging machen wenn man es dann denn möchte also das möchte ich einfach nach draußen raus geben leute ihr müsst das spiel euch nicht schwerer machen als es ist ihr könnt es einfach spielen und es ist trotzdem ein erlebnis ich habe elton ring zweimal erlebt ich habe es mit summonings gespielt und ohne das waren zwei komplett unterschiedliche erlebnisse beim ersten mal habe ich es mit summonings gespielt deck spilt und danach habe ich es mir richtig schwer gemacht mit einem strength bild was jetzt nicht wirklich schwer ist aber ohne summonings wirkliche art und habe alles machen müssen und es gab eine szene da habe ich mein bild getauscht was du auch tun kannst und bin wieder auf rivers of blood mit summoning und zwar bei milania weil ich sie und das ist auch auf meinem youtube channel ich habe es partout nicht geschissen gekriegt diese gute frau aus dem leben zu hauen die hat mich einfach immer getötet ich bin einfach zu schlecht dafür und jetzt möchte ich einfach nur einen entspannten story run machen und möchte euch zeigen dass man das möglichst einfach machen kann mit ein bisschen vorbereitung möchte euch zeigen wie man was levelt so ein bisschen das soll bei gott kein perfekter guide sein dafür wie man es macht sondern ich will es einfach nur ich will es euch einfach nur zeigen ich werde die bosse auf die bosse so ein bisschen eingehen das heißt ich werde jeden boss auch separat schneiden ich werde auch in den boss fight erstmal reingehen und werde mich auch erst ein paar mal umkloppen lassen das auch der plan ich gehe erst mal rein weil ich ein bisschen aus du mal ein bisschen hier ein bisschen da will sie noch gar nicht besiegen sag einfach so da musst du darauf achten da musst du darauf achten schau dass ich sie in die andere phase krieg zeigt euch da ein bisschen und dann kommt danach quasi der easy run wenn ich sie einfach töten möchte dass ich die bosse selber noch mal ein bisschen besser lernen und dass ihr die bosse auch euch anschauen könnt wenn ihr das wollt wenn ihr probleme habt dann was tun sie denn was können sie denn wie war ich dem aus gibt auch schon eine million youtuber da draußen oder oder content creator die es gemacht haben oder die 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 bosse zeigen und ich finde es immer super krass wenn dann so ein high level player kommt der sich das ganze leben raushaut nur noch so viel leben hat und ist dann 1000 buffs auf sich braucht dann geht er auf den boss auf macht peng peng boss halbes leben weg nächste phase peng peng boss tot und ich denke so btf ich kommt nicht mal so weit ich bin so wenig leben hätte der boss kommt an haupt mich einmal ich bin tot weil ich bin bin also so ist das exakt so so und nicht anders also ja